Ja, Hallöchen von meiner Seite aus. Ich bin aufgeregt. Ich sage das direkt vorweg, weil es ist immer das Beste, direkt das zu sagen, was eh offenbar ist. Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt es gerade gehört von Steffen, heute eigentlich der letzte Sonntag vor unserer großen Stabübergabe. Der letzte Sonntag vorerst, wo wir hier stehen und predigen dürfen. Und man denkt sich so, ja, was sagt man denn da beim letzten Mal? Was möchte man vielleicht noch mal gerne mitgeben? Was ist einem wichtig? Was erwarten die Leute vielleicht auch beim letzten Mal? Das ist aufregend. Und deswegen möchte ich gerne zu Anfang beten und das abgeben, weil ich mir wünsche, dass ich das sage, was Gott auf dem Herzen hat und nicht das, was ich mir vielleicht überlegt habe. Gott, ich möchte dir danken, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du der Mittelpunkt bist dieser Kirche. Ich danke dir, dass du der Anfang, der Ursprung dieser Kirche bist und dass du jetzt mittendrin bist und dass du auch mit dieser Kirche weitergehen wirst. Und ich danke dir, Gott, dass du der Ursprung auch von jedem bist, der hier heute Morgen ist und der hier sitzt. Und dass du einen Plan hast mit jedem von uns. Und ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Und das möchte ich über diesen Gottesdienst stellen, dass du ein guter Gott bist. Auch wenn wir vielleicht es gerade nicht empfinden, wenn wir es nicht sehen, wenn wir vielleicht sogar an dir zweifeln, dann spreche ich das aus über jede einzelne Situation und über diesen heutigen Tag, dass du ein guter Gott bist. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest und ich stelle mich dir zur Verfügung. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns hier heute gebrauchst und dass wir dir das geben können, was wir haben und dass du etwas Großes daraus machst. Amen. Amen. Ja, wir sind in unserer Serie im Flow. Der Jörg hat die letzten Wochen darüber gesprochen. Es ging um ein Leben voller Segen. Und wo wir die Predigt-Serie so vorbereitet hatten und der Jörg mich auch immer wieder gefragt hat, hey, wie erlebst du das? Wie empfindest du ein Leben voller Segen? Was steckt da drin? Da war für mich irgendwie immer klar, ein Leben voller Segen ist dann oder fängt dann an, wenn ich mich dem zur Verfügung stelle, der mein Leben ins Leben gerufen hat. Also wenn ich mich an den wende, der einfach den besten Plan für mein Leben hat. Wenn ich darin laufe, wenn ich das erkenne, dann, dann ist es doch ein Leben voller Segen. Und all diese Gedanken, die Jörg dann so reingebracht hat, dass es mit dem, dass es mit Geben anfängt und mit dem, eben mit dem Geld, das war für mich zuerst so, keine Ahnung, ich konnte irgendwie gar nichts mit anfangen, weil ich gemerkt habe, dass das für mich so eigentlich so automatisch ist. Wenn ich an diesem Punkt bin, wo ich mein Leben Jesus gebe und ihm alles geben will, dann ist es doch ganz automatisch und ganz klar, dass da das Geld und meine Zeit und meine Ressourcen und irgendwie alles zugehören. Und dann habe ich mich so gefragt, wie kommt das denn, dass das für mich so relativ selbstverständlich oder normal ist, dass dieses Denken so drin ist. Und in diesem Buch bin ich auf ein Zitat von dem Robert Morris gestoßen. Einige von euch haben das Buch ja sich mitgenommen, vielleicht auch schon gelesen. Und genau, in diesem Buch sagt er eine Sache, die habe ich euch hier mitgebracht. Der Schlüssel zu diesem Leben voller Segen ist die Erneuerung unseres Denkens. Ich muss lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott für mich sorgen wird, wenn ich ein großzügiger Geber bin. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, so ein Schlüssel, dass sich hier oben in unserem Kopf etwas verändern muss. Erneuerung unseres Denkens. Was kann das denn bedeuten? Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du darüber nachdenkst, ein Leben voller Segen zu leben? Was kommt dir direkt in den Sinn? Wie stellst du dir ein Leben voller Segen vor? Was ist in deinem Kopf, wenn du darüber nachdenkst, ein Leben voller Segen zu leben? So viele Dinge, glaube ich, die uns sofort kommen, ist, naja, dann geht es mir gut, gesundheitlich, klar. Dann habe ich genug zu essen, ich habe genug zu trinken, ich habe einen guten Job, eine gute Beziehung, alles läuft, oder? Wie im Flow. Das ist so unsere Vorstellung von einem Leben voller Segen, überhaupt von unserem Leben. Es dreht sich so viel um das, was wir hier so vor Augen haben. Um das, wovon wir auch in dem Clip vorhin gesehen haben. Wir sind auf die Welt gekommen und alles, was uns so umgibt, das ist das, was wir wahrnehmen und das, was unser Denken prägt. Völlig normal. Ein Leben voller Segen sind die, denen es einfach gut geht, oder? Und wenn ein Schlüssel ist, dass unser Denken sich verändern muss, dann frage ich mich, was muss da passieren in unserem Denken? Was habe ich vielleicht noch nicht geschnallt, wie Gott sich das vielleicht gedacht hat? Und ein Beispiel, was wir auch schon vor einigen Wochen mal in einer Predigt hier hatten, ist, dieses Seil kann so gut verdeutlichen, was, ja, wie sich mein Denken vielleicht verändern kann. Wenn wir dieses Seil sehen, dann sehen wir das Ende nicht. das schön versteckt da hinten. Also es ist wie unendlich. Und es ist so, dieses Leben, was wir vielleicht vor Augen haben, was wir hier sehen, ist dieser kleine Abschnitt. Hier vorne, das Schwarze. Das ist das, was wir hier auf Erden sehen. Mein Leben hier, wo ich mich drum drehe, wo ich morgens aufwache, alles, was mir so begegnet, was ich sehe, was ich anfassen kann, ist das Schwarze. Und alles andere, was danach kommt, ist das Leben, was Gott uns verspricht in Verbindung mit ihm in der Ewigkeit, wenn wir diese Erde verlassen werden. Und da frage ich mich, wie kann das sein, dass ich so viel in meinem Denken und in meinem, ja, Tun und Handeln auf diesen kleinen Abschnitt beschränkt, obwohl ich doch weiß, dass es viel, viel mehr gibt, was dahinter steht. Viel, viel mehr, was mich noch erwartet. Und wenn ich wirklich daran glaube, dass es diesen Gott gibt, der diese Erde geschaffen hat, der mich geschaffen hat und der diese Ewigkeit für uns jetzt schon vorbereitet, wie kann das sein, dass ich alles immer noch so sehe, um das dreht, was diesen kleinen Abschnitt hier ausmacht. Und ich glaube, zutiefst, wenn wir unser Denken erneuern und verstehen, was Gott da eigentlich vorhat noch mit uns, was er eigentlich für uns hat, dann würden wir loslassen. Dann würden wir viel eher loslassen von dem, was uns hier so bewegt. Dann würden wir loslassen von den vielleicht Vorstellungen, wie ich mir das Leben vorstelle. Dann würden wir vielleicht auch loslassen von den Dingen, die uns verletzt haben, die mir vielleicht, die mich vielleicht hindern, die an denen ich festhalte und ich blockiert bin für das, was Gott eigentlich vorhat mit mir. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Er wird uns mit allem anderen versorgen. Glaubst du das? Vertraust du darauf, dass es mehr gibt für dich? Hier schon, aber auch später in der Ewigkeit. Ich wünsche mir, dass wir dieses neue Denken wirklich, wirklich verstehen und dass wir wissen, dass alles, was uns hier passiert, uns zum Guten dienen wird. Und zum Guten dienen wird, ist das, was danach kommt. Und für mich ist das keine billige Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern für mich ist das eine Hoffnung, die mich trägt und die mich hält und die, die mir ja hier auf der Erde ein Stück von dem zeigt, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Und wir sind jetzt in dieser Phase, in der wir jetzt gerade stecken, ganz persönlich. Wir wissen, dass es gut ist, diesen Schritt zu tun, diese Kirche und das, was wir hier aufgebaut haben, loszulassen und zu vertrauen, dass was Neues kommt für uns. Und wir wissen noch nicht, was kommt. Und man steht da und denkt manchmal, wow Gott, was mutest du uns dazu? Wir brauchen, wir müssen doch abgesichert sein. Wie sollen wir denn uns jetzt finanzieren und, 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 was da alles so für Fragen kommen. Und in dieser ganzen Zeit habe ich gemerkt, hey, darauf kommt es eigentlich nicht an, sondern es kommt darauf an, Gott wirklich zu vertrauen, dass er etwas Gutes hat und dass das, was jetzt kommen wird, etwas Gutes sein wird, in Hinblick auf die Ewigkeit. Vielleicht ganz anders, als ich mir das vorstelle. Vielleicht ganz anders, als ich mir das ausmalen würde. Aber da zu vertrauen und diesen Schritt zu gehen, auch dahin, wo ich noch nicht weiß, wie es werden wird. Und ich wünsche mir, dass du in den Punkten in deinem Leben, wo du ja vielleicht manchmal nicht verstehst. Und in den Punkten, wo du, wo es dir schwerfällt zu vertrauen, dass Gott es wirklich gut meint, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst und einen Schritt wagst, weil nur so können wir verstehen, können wir wirklich lernen, was es heißt zu vertrauen. Wie war das mit Abraham? Die Geschichte haben wir in den letzten Wochen auch gehört. Er ist in diesem Vertrauen gegangen, obwohl er nicht wusste, was kommt. Und er wahrscheinlich nicht annehmen konnte, dass das, was er mit Isaak da machen sollte, etwas Gutes sein sollte. Und er ist trotzdem gegangen in diesem Vertrauen. Und das finde ich so stark. Er hat es gewagt. Er ist mutige Schritte gegangen. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Glauben, der doch auf so einem Fundament baut, auf so einer Hoffnung, auf dem, was viel länger wird, als nur das Stück, was wir hier haben, haben, dass wir in diesem Vertrauen wirklich gehen und dass wir diese Hoffnung haben. Römer 8, Vers 28 ist auch ein Vers, den wir wahrscheinlich schon zigmal gehört haben, wenn wir vielleicht schon länger im Glauben sind. Und auch ich habe ihn schon so oft gelesen. Und letzte Woche, wo ich ihn gelesen habe, ist mir nochmal eines so richtig bewusst geworden. Da steht, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Mir ist aufgefallen, dass dort steht, aber das eine wissen wir. Und wissen ist nicht, ja, ich fühle das oder ich hoffe drauf oder ich denke mir, so könnte es sein. Nein, ich weiß. Ich weiß es. Und das fand ich so stark. Und ich habe gedacht, ja, wenn es so ist, dass ich doch weiß, warum fällt es mir dann oft so schwer? Und ich habe mir immer wieder gesagt, ja, ich weiß, dass Gott gut ist. Und in diesen Zeiten, wo dann diese Gedanken kommen und man doch wieder verunsichert wird und einen doch alles, was man halt erlebt und sieht, so einengt, dann trete ich hin und sage, aber ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass mir alles zum Besten dienen wird, weil ich mein Vertrauen auf ihn setze und weil ich weiß, dass er mehr für mich hat, mehr für mich hat als nur diesen kleinen Abschnitt. Und egal, wie vielleicht dieser Abschnitt für dich gerade aussieht, Gott hat mehr für dich. Er hat viel, viel mehr für dich. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, auch wenn wir es oft noch nicht erahnen können, aber wenn wir an diesen Gott glauben, der gut ist und daran glauben, dass er die Ewigkeit hat, dann möchte ich, dass sich das widerspiegelt in unserem Leben und dass wir uns nicht nur mit dem befassen, was wir hier sehen, sondern dass wir so leben mit dieser Perspektive Ewigkeit. Und das macht einen Unterschied in meinem Leben heute. Das muss einen Unterschied machen. Wenn ich diese Hoffnung habe, dann wird das einen Unterschied machen. Und Leute, es gibt so viele Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Die denken, ich habe diesen Lebensabschnitt und dann ist es vorbei. Aber wir oder du, wenn du diese Hoffnung erkannt hast, dann macht das einen Unterschied. Und dann wünsche ich mir, dass wir mit unserem Leben einen Unterschied machen. Und dass wir denen die Hoffnung bringen, die diese Hoffnung noch nicht erlebt haben. Und dass wir es ihnen erzählen. Und dass wir noch viel, viel mehr Menschen mitnehmen in diese Ewigkeit über das Leben, was wir hier erleben, hinaus. Jörg, du kannst schon mal kommen. In diesem, ich habe das schon erzählt, in den letzten Predigten, in diesem Sommer musste ich mich ja auch trennen von meiner Mutter. Sie ist gestorben. Und die letzten Worte, die meine Mutter zu mir gesagt hat, war, geh und verkündige die gute Botschaft. Und mein Vater hat mich vor zwei Wochen noch mal wieder daran erinnert. Und er hat gesagt, Bettina, was hat Mama noch zu dir gesagt? Und ich habe gesagt, geh und verkündige die gute Botschaft. Und ich fand das so stark. Und das ist so etwas, wo ich gedacht habe, wow. Ich stehe jetzt hier, vielleicht zum letzten Mal auf dieser Bühne. Aber es ist nicht der einzige Ort, wo ich die gute Botschaft verkündigen kann. Nämlich egal, wo ich bin. Egal, wo mein Leben, wo es uns weiter hinführt. Und egal, wo du bist. Ob du zu Hause Hausfrau und Mutter bist. Ob du Student bist. Ob du arbeitest. Ob du vielleicht gerade arbeitslos bist. Egal. Da, wo du bist, bist du berufen. Bist du berufen, Gottes Kind zu sein. Und das, was er für dich hat und was er für uns hat, diese Hoffnung weiterzugeben. Und ich wünsche mir, dass wir erneuerte, veränderte Christen sind. Und dass wir mit dieser Hoffnung rausgehen. Und es noch vielen, vielen anderen mitgeben, die diese Hoffnung brauchen. Unser Trauvers, den wir beide uns ausgesucht haben, guck mal hier zu mir in die Mitte, es steht in Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht, meine Hoffnung auf ihn setze und verkündige all sein Tun. Und das ist das, was wir weiter tun wollen. Egal, wo wir stehen. Ob wir hier stehen, ob wir morgen zu Hause in unserer Nachbarschaft sind, ob wir, was weiß ich, nach Afrika gehen oder sonst wohin oder irgendwo anders in Deutschland oder ob wir hier in Freiburg bleiben und dieser Kirche weiter dienen dürfen. Wir werden diese Botschaft und diese Hoffnung weitertragen, egal wo wir sind. Danke, Bettina. Du bist für mich das größte Vorbild, was das Thema angeht. Zu geben, loszulassen und man ist Gott nie ähnlicher wie in dem Moment, wo man gibt. Danke. Amen. Danke. Ja, Bettina hat gesagt, wir werden heute über loslassen reden. So mache ich dann da mal mit. Loslassen. Loslassen, eigentlich lässt man nichts gerne los, was man doch so sehr liebt. und wenn überhaupt, dann lasse ich was los, nur dann, wenn ich etwas noch Besseres dafür kriege. Mein altes Auto habe ich gerne losgelassen, weil ich ein Neueres, Schöneres kriege. Einen Job gibt man gerne ab, wenn man Aussichten hat auf einen Job mit mehr Entwicklung und mehr Potenzial, mehr Gehalt, mehr, wo ich mich wohlfühle. Aber wir wissen nicht, was kommt. Und deswegen lässt man eigentlich sehr ungern los und ohne zu wissen, ob überhaupt irgendwas kommt. Keine Ahnung. Und so könnte man an Gott verzweifeln, wenn man nicht sieht, wie es hier überhaupt weitergehen soll. Und bevor wir so jetzt mal ein paar Wochen mit unseren Kindern auch auf Reisen gehen, habe ich gedacht, ich gehe nochmal zum Arzt und lasse mich nochmal durchchecken, weil ich hatte ja vor vier Jahren Darmkrebs und muss eigentlich schon lange nochmal wieder eine Darmspiegelung als Vorsorge machen lassen. Und so gehe ich letzte Woche hin und wach dann irgendwann wieder auf und da sagten sie, oh, wir sind noch nicht ganz fertig, die Narkose ist schon vorbei. Oh, wir haben da nämlich einiges gefunden, wenn wir da was vorausnehmen mussten. Und wir werden das einschicken und wird aber schon gut sein. Und dann haben sie das eingeschickt und sie sagen, wir rufen nur an, wenn irgendwas Schlimmes bei rausgekommen ist. Okay, ich gehe nach Hause und warte immer, ob jemand anruft oder nicht anruft. Und zwei Tage später auf meinem Handy eine unbekannte Nummer. Und ich bin nicht drangegangen, weil ich gerade im Gespräch war, ich hatte einen Termin, habe auch nicht zurückgerufen. Und zwei Tage später wieder genau diese Nummer. Ich hatte Zeit, also bin ich drangegangen. Und ich gehe ran und dann auf einmal, hi Jörg, hier ist der Uli, hier ist der Uli, ein Freund von mir, ein sehr bekannter, berühmter, sehr einflussreicher Mensch in einer großen Stadt. Jörg, ich wollte dich einladen zu meinem Geburtstag vorgestern, du bist nicht ans Telefon gegangen, so ein Mist. Tja, das war der Uli, ein Freund, der mich einladen wollte. Und das war ein Anruf von Gott. Gott hat mir so gezeigt in diesem Moment, Jörg, was denkst du eigentlich, was ich für dich noch habe? Denkst du eigentlich, ich schicke dir den Tod durchs Telefon jetzt gerade drüber? Oder denkst du, ich bin dein Versorger und ich werde dir so viel Gutes, wo du überhaupt nicht mit rechnen kannst? Was erwarte ich denn eigentlich von Gott? Gott sagt zu mir wie, das hast du eigentlich dein Leben lang mit mir erlebt. Denkst du, ich will dich jetzt strafen und hängen lassen und das hast du jetzt verdient als Konsequenz? Oder denkst du, ich bin dein Papa im Himmel, der noch viel, 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 viel mehr Gutes hat, als du dir jemals vorstellen kannst? Und ich danke Gott, dass er mir das noch einmal so deutlich in dieser Woche gezeigt hat. Ich muss, merke ich, meine Gedanken füttern. Und ich kann das nicht einfach nur, indem ich positiv denke. Es gelingt mir nicht, wenn ich wirklich diese gedankliche Veränderung haben will, dass Gott es auf jeden Fall so richtig, richtig gut meinen wird, obwohl ich noch gar nichts sehen kann. Da muss ich meine Gedanken füttern mit Gottes Gedanken, mit Gottes Gedanken über mich. Und in erster Linie brauche ich dazu die Bibel, die Worte Gottes. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder diesen Psalm 23 gelesen, wo David betet, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird es an gar nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird es an nichts mangeln. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf richtiger Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wie denke ich eigentlich über Gott? Dieser David, der hat alles losgelassen. Sogar seinen rechtmäßigen Anspruch auf den Königstitel. Der musste von zu Hause fliehen. Er musste seine Heimat, seine Familie, alles verlassen. Auf der Flucht hat alles losgelassen. Ja, ja, ich bin ein Königskind. Sicher hätte er denken können. Ich habe nichts zu futtern. Die Wiese ist kein Gras mehr da. Ich wandere im Schatten des Todes durch finstere Täler. Und dann sagt er immer wieder, nein, ich fütter meine Gedanken anders. Und der letzte Satz ist ausschlaggebend in diesem Psalm. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Es wird auf keinen Fall nie anders sein. Und das ist für mich so wundervoll, in diesem Glauben die Zukunft zu sehen. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, was kommen wird. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen, wo du denkst, eigentlich soll ich in meinem Leben etwas loslassen. Aber es fällt mir so schwer. Weil was habe ich denn da noch? Vielleicht ist es eine Freundschaft. Vielleicht ist es wirklich Geld. Vielleicht ist es ein Job. Vielleicht ist es keine Ahnung. Wo du denkst, eigentlich wünscht Gott sich, dass du ihm das hingibst. Aber was ist, wenn du dann nichts hast? Bist du so weit in deinem Glauben, dass du sagen kannst, egal wie dunkel das Tal ist, egal wie viel ich vor mir... Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das wünsche ich dir, dass du das kannst. Gutes und Barmherzigkeit. Das hört sich für mich so an, wie wenn du einen Schritt weiter gehst. Gott ist dir schon auf den Fersen. Der verfolgt dich schon mit irgendwas Gutem, was er dir geben kann, wenn du loslässt und gehst. Jesus hat etwas wie auf den Punkt gebracht zu diesem Thema loslassen. Weil irgendwann müssen wir alle gehen. Irgendwann müssen wir alle gehen. Und es ist nicht umsonst, dass viele alte Leute, die nicht mehr klar denken können, die nichts mehr wissen, am Ende ihres, wenn sie da im Krankenhaus liegen, dem Psalm 23 noch auswendig sagen können. Alte Leute kennen noch so ein paar Bibelferser auswendig. Stell dir vor, du weißt, du musst irgendwann abgeben, alles abgeben, alles loslassen und kannst dann diesen Satz auswendig sagen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Der Herr ist mein Hirte. Ist das nicht herrlich, in diesem Vertrauen zu leben und zu sterben? Jesus hat gesagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt oder loslässt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber dabei verliert? Wer sich an sein Leben klammert, das, was einem so wertvoll ist, sonst habe ich ja nichts. Der wird es verlieren. Jesus ist so krass radikal. Das, was uns so wichtig ist. Wie kann ich das machen, das loslassen? Das leuchtet vielleicht so ein ganz bisschen ein, aber wie soll das gehen? Weil ich kann nicht einfach loslassen. Und Jesus sagt es aber, wenn wir es ihm nicht zur Verfügung stellen, dann ist es weg. Wenn wir ihm nicht unser ganzes Leben zur Verfügung geben, dann ist unser Leben weg. weg. Dann werden wir sterben, tot sein, wenn wir es nicht Jesus geben. Und das ist so unlogisch. Wenn ich was gebe, kriege ich was. Das gibt es nicht im wirtschaftlichen Denken. Es geht nicht. Was ich gebe, ist weg. Und Jesus sagt, nein, andersrum. Wenn du dein Leben nicht gibst, dann ist es weg. Es ist so schwer zu verstehen, weil unser Selbsterhaltungstrieb uns davon abhält, das zu glauben, was Jesus wichtig findet. Ich muss ja am Leben bleiben. Ich muss irgendwie glücklich sein, deswegen kann ich das nicht geben. Unser Selbsterhaltungstrieb hält uns davon ab, von einem Leben voller Segen. Wir möchten doch so gerne leben. Und Jesus hat uns das Leben versprochen. Das Leben, was sich nicht nur in der Ewigkeit, sondern was sich heute schon gut anfühlt. Das hat uns Jesus versprochen. Bei uns begann das eigentlich mit einer mutigen Frage. Wir haben uns getraut, Gott zu fragen, was denkst du über unser Leben? Was denkst du über unser Leben? Was denkst du über unsere Kirche? Wir öffnen uns dafür, dass du uns Feedback gibst, wo wir vielleicht etwas loslassen sollen. Und dann hat Gott gesprochen. Und dann redete er sogar. Ja, lass los. Es wird irgendwas kommen. Was, sage ich euch noch nicht. Und es geht darum, dass ihr vertraut. Dass ihr vertraut und das, was euch im Leben so was von wichtig erscheint, dass ihr mir das gebt. Und Gott hat zu uns gesprochen. Lass es los und gebt es in meine Hand. Und Gott sagt das auch heute zu dir und zu mir. Vielleicht nur in einem bestimmten Lebensbereich, vielleicht aber auch was dein ganzes Leben angeht. Gib dein Leben Gott in die Hand. Vertraue es ihm an. Vertraue in diese Lebensbereiche, die dir so wichtig sind. Gib es Gott. Und dann wirst du das Leben bekommen. Aber erst dann. Und das vielleicht noch Wichtigere, du wirst es dann schaffen, wenn du glaubst, dass Gutes und Barmherzigkeit dir folgen wird. Festhalten oder loslassen? Das ist die Frage jetzt. Vielleicht ist dir etwas wichtig geworden, weil ich glaube, der Heilige Geist redet die ganze Zeit zu jedem von uns. Und wenn du den Eindruck hast, festhalten oder loslassen, wenn du in die Richtung tendierst, du möchtest loslassen, dann bist du Jesus so ähnlich. Denn warum wir hier sind, warum wir an Gott glauben, warum wir von Jesus reden, ist im tiefsten Kern das eigentliche, was Jesus getan hat, war an diesem Freitag, als er losgelassen hat. Ich glaube, das ist das Wesentlichste, was in der ganzen Geschichte passiert ist, als Jesus losgelassen hat und sein Leben gegeben hat. Und was hat Jesus dafür bekommen? Gott hat ihn deshalb, weil er sein Leben losgelassen hat, zum Herrscher, zum König, über die ganze Welt gesetzt. Und was noch? Weil Jesus losgelassen hat, haben du und ich das ewige Leben. Wenn Jesus nicht losgelassen hätte, hätten wir nicht das Leben. Wir werden irgendwann tot. Und das ist das Wunderbare, wie wir Jesus so ähnlich sein können. Wenn wir loslassen, haben wir das Leben. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für dich und mich getan hat, dass er für dich gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir leben können, damit wir unsere Schuld ihm geben können, weil er dafür gestorben ist, dann haben wir das Leben, weil Jesus es gegeben hat. Das ist nicht nur zu schön, um wahr zu sein, sondern das ist die Wahrheit. Das ist die Wirklichkeit. Und ich frage dich, ob du das in Anspruch nehmen möchtest. Willst du loslassen? Willst du das, was Jesus getan hat, für dich in Anspruch nehmen? Vielleicht hast du das Gefühl, dass Jesus dich gerade anruft. Verpass diesen Anruf nicht. Geh dran, wenn er dich jetzt anruft. Wenn er zu dir ganz leise gesprochen hat. Verpass diesen Anruf nicht. Es ist so viel Gutes, was er dir geben möchte. Verabschiede dich von dem Gedanken, oh, was dann kommt, ist sicher, oh, oh, oh. Nein. Es ist das Leben voller Segen. Bettina, komm noch mal, dass wir gemeinsam jetzt beten können. Wenn du das Gefühl hast, Gott ruft dich jetzt an, dann sei mutig und lass los. Sei mutig und bete mit uns. Und lass uns doch so machen, dass wir die Augen schließen, dass du gar nicht rumguckst, was machen die Leute so um dich rum. Gott, ich möchte dir danken, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Und oft bin ich an dem Punkt, dass ich alles so gerne verstehen will und dass ich irgendwie einen Sinn darin sehen will und dass ich schon sehen will, was denn kommen wird und dass ich es irgendwie unter Kontrolle haben möchte. Und so oft gibt es Punkte im Leben, da habe ich es nicht unter Kontrolle und da verstehe ich es auch vielleicht nicht. Und ich glaube, dass ich es manchmal auch gar nicht verstehen muss, weil du bist Gott und ich bin ein Mensch. Gott, und ich möchte mich in dem richtigen Verhältnis sehen. Und deswegen möchte ich sagen, ich vertraue dir, weil du bist Gott. Und ich muss nicht alles bis ins Letzte verstehen. Weil ich werde es eh nicht verstehen können. Aber ich möchte dir sagen, ich vertraue dir jetzt in diesem Bereich meines Lebens, wo es mir vielleicht so schwer fällt, loszulassen. Da möchte ich dir ganz bewusst heute sagen, Gott, ich lasse los. Ich lasse los von meinen eigenen Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat. Ich lasse los von dem Bedürfnis, wirklich alles auch wissen und verstehen zu müssen. Und ich vertraue dir, Gott. Du kannst Gott das auch gerne zeigen. Streck dich ihm aus. Heb deine Hand. Nur Gott sieht das. Und sag ihm hier, ich lasse das los. Ich gebe es dir. Und ich frage dich noch, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann bitte ich dich, tu das jetzt. Oder wenn du unsicher bist, dass du es wirklich getan hast, tu es jetzt. Wenn du dein Leben nicht Jesus gibst, du wirst es verlieren. Du wirst das Leben voller Segen bekommen, wenn du es Jesus gibst, wenn du dein Leben Jesus zur Verfügung stellst. Wenn du das jetzt tun möchtest, dann heb doch die Hand und sag, hier Jesus, hier bin ich. Dann kannst du sinngemäß mit mir beten. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich bitte dich, dass du etwas Geniales draus machst. Ich bitte dich, Jesus, dass du in mein Leben reinkommst. In meinen einzelnen Lebensbereich, in meine Beziehungen. Bitte, Jesus. Jesus, ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Weil ich glaube, du hast das Leben, was dich lohnt. Ja. Und ich danke dir, Jesus, ich fange an zu glauben, dass du wirklich für mich gestorben bist. Für den ganzen Mist, den ich gemacht habe. Für meine Schuld. Und ich bitte dich, vergib mir mein Leben. Vergib mir, dass ich mein Leben selbst auf die Reihe kriegen wollte. Vergib mir, dass ich an mich selbst geglaubt habe. Und nicht an dich. Danke. Ich bin so gespannt, was du aus meinem Leben jetzt machen wirst. Und ich bitte dich, lass mich dich erleben. Lass mich dich erleben, wie gut du bist. Wie viel Gutes und Barmherzigkeit du für mich heute schon hast. Ich vertraue darauf, dass du mein Leben so wunderbar machen wirst. Es ist nicht einfach, nein, ich will kein einfaches Leben. Aber ich will mit dir das Leben haben. Danke. Amen.